Die Gerüchte-Küchen-Zeit Die Gerüchte-Küchen-Zeit Die Gerüchte-Zeit Die Gerüchte-Zeit Die Gerüchte-Zeit Die Gerüchte-Zeit Die Gerüchte-Zeit-Zeit Die Gerüchte-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit Die Gerüchte-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit Die Gerüchte-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit-Zeit steckt ja jetzt auch wieder tief im Abstiegskampf. Rein theoretisch müsste Hertha sowieso gucken, wenn wir nicht so viel Geld ausgeben können und wollen, dass man da nach den Topspielern sucht von den Klubs, wo die oder die Klubs, die abgestiegen sind. Wissen wir ja noch nicht, das ist ja noch völlig offen da unten. Aber wie gesagt, bei ihm, der Vertrag läuft aus, wurde damals ausgebildet in der Werder Bremen-Jugend, dann über verschiedenste Vereine, Dortmund 2, war auch mal kurz bei Huddersfield, ist ja dann bei Bochum gelandet und vielleicht erinnert ihr euch, bei Bochum hat er auch Bundesligaspiele bestritten, 18 an der Zahl, ist dann zu Magdeburg gewechselt. Bei Magdeburg hat er jetzt die letzten Spiele nicht immer von Anfang an gespielt, das kann man auch ganz klar dazu sagen, aber für gewöhnlich absolviert er schon mehr als die Hälfte der Spiele von Anfang an. Magdeburg ist ja da bis auf Artic vielleicht und vielleicht noch ein paar andere, den Keeper, Elf Hartli sowieso eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Rotation auch in ihren Aufstellungen hat. Klar, manchmal auch verletzungsbedingt, aber manchmal auch einfach, um sich auch an den Gegner anzupassen oder um etwas anderes auszuprobieren. In dieser Saison besticht er schon. Er hat 22 Spiele gemacht, drei Tore, drei Vorlagen, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, kann dahingehend auf jeden Fall auch mit dem John Joe Kenny mithalten. Insgesamt hat er für die Magdeburger in 50 Spielen fünf Tore sechs Vorlagen. Bei Dortmund damals Dortmund zwei wohlgemerkt, 71 Spiele zehn Tore sieben Vorlagen und bei Bochum 44 Spiele ein Tor drei Vorlagen. Wenn man ihn in den Spielen sieht, wie gesagt, ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, seine Stärken sind ganz klar im spielerischen Aspekt, schaltet sich auch häufig vorne mit ein, hat vor allem auch eine hohe Rate, was dieses Ballcarrying angeht, also dieses Balltreiben am Fuß. Wenn man ihn jetzt so vergleicht, dann ist John Joe Kenny in vielen Statistiken da schon deutlich besser, gerade gegen den Ball, diese Balleroberung, Zweikampfführung, Passquote ist ungefähr gleich. Du kannst aber auch nicht die Statistiken von einer Saison immer vergleichen, weil das kommt natürlich auch darauf an, in welchem Team du spielst. Klar, einzelne Zweikampfquoten kannst du vergleichen, gegebenenfalls, aber gerade was so progressive Pässe angeht, wo er auch ziemlich gut drin ist. Was willst du da jetzt vergleichen? Magdeburg spielt ja einen völlig anderen Fußball, als wir einen auf Ballbesitz getrimmten, sehr dynamischen im Positionsspiel Fußball, wo es viele Kurzpass-Staffetten gibt. Dementsprechend siehst du dann auch diese Unterschiede, dass Kenny deutlich längere, oder dass die Passdistanz im Schnitt bei Kenny deutlich länger ist, weil da ja auch häufig bei uns diese Problematik entsteht, wenn wir im Zentrum zugestellt werden. Wir spielen vom Innenverteidiger hin und her auf den Außenverteidiger und der schlägt den Ball lang. Das ist eben nicht die Spielart von Magdeburg und auch nicht die von Bockhorn. Ist jetzt sehr, sehr weit interpretiert, ist sehr stammtischmäßig, aber solch ein Spieler, wenn du den verpflichtest, ist für mich auch ein bisschen ein Fingerzeig, wo es mit dem Kader hingehen soll, nehme ich in die spielerische Komponente, weil wenn du einen Seevolk abgibst, der ja klar für Arbeiten gegen den Ball steht, aber nicht wirklich jetzt nicht, auch wenn ich ihn sehr feiere, wirklich nicht für das Kreative am Ball oder für das Technische am Ball, dann ist Bockhorn schon einer, wo man sagt, dann baust du den Kader auch dahingehend wieder spielerisch um. Ich finde ja weiterhin, dass der Kader, deswegen haben wir da vielleicht auch ein paar Probleme oder ein paar Differenzen unter uns. Manche sagen, der Kader ist zu schlecht. Ich sage zum Beispiel, der Kader ist sogar besser als das, was wir zumindest im Ballbesitz zeigen. Vielleicht nicht von den Punkten, aber selbst da würde ich das mir erlauben. Aber wir haben ja auch generell viele Spieler, die haben vielleicht nicht so die Power und dann fällt Seevolk halt auf. Wenn wir immer reagieren, dem Ball den Gegner überlassen, da fallen halt die Spieler auf, die zweikampfstark sind und die Spieler, die spielerisch stark sind, haben dann teilweise ihre Probleme. Ich sage nur mal so ein Karbovnik, der natürlich auch, weil er auf der Seite von Reze ist, das ist ja auch okay, dass der sich hauptsächlich darum kümmert, vorne zu stehen und hoch zu stehen, aber Karbovniks Stärke ist nun nicht gerade die Tiefenabsicherung. Auch der ist ja eher so ein spielerischer Außenverteidiger und man sieht, dass er diese Saison nicht an die Leistung rankommt, die er letztes Jahr bei Düsseldorf gezeigt hat. Oder auch ein Barkok, gut, der spielt jetzt auch immer auf der Sechs, das ist natürlich auch kein Zerstörer auf der Sechs, das ist einer, der über spielerische Finesse glänzt. Selbst bei einem Clemens, der ja eigentlich Innenverteidiger ist, würde ich schon sagen, der performt besser, wenn wir dynamisches Positionsspiel haben. Also ich schweife etwas ab, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Für mich wäre so ein Transfer, wenn du Seevolk abgibst und einen Bockhorn holst, auch ein Finger zeigt dahingehend, dass du die Spielweise schon zu einer aktiveren umgestalten willst. Ansonsten ist es natürlich ein guter Außenverteidiger auch, das ist nicht die Frage. Aber wenn du weiterhin diesen sehr, sehr auf Umschaltfußball getrimmten Fußball spielen möchtest, dann weiß ich gar nicht, ob das so der passende Spieler wäre. Könnt ihr mal eure Meinung dazu reinschreiben, wie ihr denn Herbert Bockhorn seht? Ich meine, ich habe ja nun viele Spiele von ihm auch gesehen. Ich verfolge ja immer viel Magdeburg, weil mir die Spielweise von Tietz gut gefällt, wisst ihr ja, auch wenn das derzeit nicht so wirklich erfolgreich ist, muss man auch ganz klar dazu sagen. Also nur Ballbesitz, nur schön spielen, heißt nicht automatisch, dass du die Punkte holst. Deswegen gibt es ja auch immer diese verschiedenen Ansichten und Ansatzweisen, dass manche sagen, seid froh, dass wir nicht den spielerischen Ansatz versuchen, dann würden wir viel schlechter dastehen. Da prallen ja manchmal so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Ich finde den möglichen Transfer, das Gerücht auf jeden Fall spannend. Ich fände einen Bockhorn, gerade wenn wir das mal vergleichen mit einem Schula, deutlich interessanter. Und ja, wenn wir jetzt nach ablösefreien Spielern gucken, fände ich das interessant. Klar, wir können auch mit Karbovnik rechts spielen und links mit Dudziak rein, theoretisch. Aber wenn man jetzt wirklich Kenny und Seevolk abgibt, dann sollte man neben Eitschberger, der ja zurückkommt aus Halle, und sich gerade im Abstiegskampf befindet, sicherlich noch jemanden holen, der auch ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Ich finde es auch aus Bockhorns Sicht ein Schritt, der für ihn interessant sein könnte. Vertrag läuft aus. Er hat schon mal Bundesliga gespielt. Mit Hertha könnte er gegebenenfalls weiter oben mitspielen und vielleicht sogar noch mal in seiner Karriere den Schritt machen, noch mal in die Bundesliga aufzusteigen und dort zu agieren. Und er wäre für uns halt nicht nur ablösefrei, sondern er wäre gehaltstechnisch wahrscheinlich auch absolut in dem Rahmen, wo wir uns bewegen. Die BILD hat ja da mal so von gesprochen, dass wir eben für neue Spieler so maximal 300.000 Euro an Gehalt ausgeben wollen. Und ich glaube, das wäre auch bei einem Bockhorn möglich. Also ich bin gespannt. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Ich halte Bockhorn für einen guten Mann. Ist jetzt aber trotzdem, das möchte ich noch mal dazu sagen, für mich nicht zwangsläufig ein Upgrade zu Kenny. Also da finde ich Kenny alles in allem zusammen besser. Aber ja, das ist halt die Frage, kann man sich den im zweiten Zweitliga-Jahr eben auch noch leisten und bei welchem Angebot ist er weg? Gerne mal eure Meinung dazu, gerade im Vergleich auch zu den Außenverteidigern, die ja noch bei uns spielen, Seevolk, Kenny in die Kommentare, was ihr auch generell von ihm haltet. Und wir sehen uns heute Abend im Stream. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich verbleibe wie immer mit einem Hau He. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017